Ja, sag mal wer du bist. Ich bin Peter Tobelmann. Wo kommst du her? Aus Münzkirchen. Ja. Und in welcher Schule gehst du? Tartelleneinander. Jawohl. Und was machst du jetzt hier? Wir packen Pudding-Säckerl von den großen Säckerl in kleine Kartonschorchen, dass wir es besser verschicken können. Ja. Und warum machst du das, Peter? Weil wir wissen, dass die im Osten unsere Hilfe brauchen. Richtig. Jawohl. Ich bin mir sehr dankbar. Ihr habt ja heute sehr viel gemacht, schon jetzt, mit einer unheimlichen Energie. Und wir sagen einfach ganz herzlichen Dank. Und du bist ja sonst auch ab und zu, du hast uns schon geholfen. Ja. Da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, Peter. Und wir wünschen dir schöne Ferien. Danke. Gut. Fiatri.